Ja, okay, gut. Dann rein da und den Dünger wegbringen. Der muss da oben hin. Ich kann auch gleich noch ein paar Essenzen verarbeiten. So, da den Dünger. Ach, da hinten war ja auch noch was. Ja, genau. So, gleich alles mitnehmen. Wir brauchen jetzt wieder massig Eisen. So, dann das hier. Ah ja, von 64. Ja, genau. 64 durch 8 ist ja 8. Da bleibt nichts übrig. So, das war die da. Da war da was. Gut. Die restlichen Eisenessenzen bringen wir zurück. Dahin. So, jetzt müssen wir ins Lager. Und jetzt will ich diese Öfen hier vorne befüllen. So, hier. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da kommt noch was dazu. So. So und so. Wenn wir das ausleeren, leere ich eben auch die Kohle wieder aus. So und so. Sind da schon 3 durch hier? Ja, mehr als 3. Aber da ist jetzt nicht so viel Platz. Dann machen wir den da hin. So, dann haben wir das gesamte Eisen jetzt raus hier. Ja. Okay. Die Sensen kann auch da wieder hin. Machen wir gleich Schienen draus. Ja, wir machen gleich Schienen. Aber das machen wir unten. Machen wir das hier. Ne, machen wir unten. Da habe ich auch die Stöckchen. Ich glaube, hier sind die drin. Ja. Oh, da war noch Eisen. Nicht viel, aber ich meine etwas. So, die Stöckchen hier in der Mitte und das Eisenerz. Äh, Eisen, die Eisenbarren außen dran. Ja, noch mehr. Oh, da kriegen wir aber jetzt einige sein Schienen zusammen. Da noch was. Okay, da sind wir sogar alle Stöckchen losgeworden. So, mehr passt da nicht rein. Okay, jetzt können wir aber wieder Schienen legen. Noch und noch. Was wir... Doch, ich kann ja einfach hier mal... Ja, doch, ich will jetzt erst Schienen legen. Wir können ja mal da hinten anfangen. Oder zum Beispiel auch gleich hier. Ist ja letztlich egal, wo... Ja, komm, wir machen hier gleich weiter. Ich will Schienen legen. Um das Inventar auch schon wieder leer zu kriegen. So, hier an den Kisten vorbei. Wie sieht es hier aus? Nö, alles gut hier. Da stehen nur ein paar Fackern im Weg. Um die wir uns noch kümmern müssen. Der Boden sieht auch gut aus. Da war nur eine Stelle mit... Oh, Moment mal. Und da war noch eine Stelle mit Skelett. Nein, schon wieder die verkehrte Taste. Ach da. Das geht aber auch ganz schön auf die Rüstung auch. Na ja, gut. Dafür habe ich sie ja. Aber ohne solche Störungen wäre es ja auch irgendwie ein bisschen langweilig dann. Auch wenn sie immer wieder auf die Nerven fallen. Aber irgendwie... Ich kann ja auch ausschalten. Ja, aber ich will das nicht machen. Das ist dann einfach zu... Naja, zu einfach eben. So. Da wäre ein Stapel weniger. Gut, machen wir gleich weiter mit dem Nächsten hier. Ah ja, Sechser. Da muss ich ein bisschen ausfüllen hier. Okay, ansonsten müssen... Oh ja, das... Ne, das kann bleiben. Da kommt ja sowas hin. Ansonsten... Ach so, ja. Die richtige Taste muss ich auch drücken. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ansonsten war noch irgendwas zu machen. Ne, 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 ne. Das war verkehrt. Schienen müssen wir verlegen. Oh, da kriegen wir ja wieder richtig was hin. Beziehungsweise haben schon richtig was. Ne, 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 ne. So. Da soll aber auch eine Schiene hin. Und da soll eine Schiene weg. So. Ja gut, das mache ich dann, wenn es zu weit ist. Ich bin ja gespannt, wie das in diese Richtung aussehen wird dann. Aber das beurteilen wir erst dann, wenn es zu weit ist. Jetzt machen wir erst mal das hier alles komplett fertig noch. In diese Richtung. Ah ja, Moment. Da war was. So, das muss weg. Das da, das da, das da. Und ich glaube auch diese Reihe noch. Das sollte es gewesen sein. Ja, dann ziehen wir die Reihe zurück. Das ist dann hier die vierte Spur. Okay, wir müssen also dann nach der noch zwei weitere. Ja gut, fangen wir an mit der ersten. Das Inventar ist ja immer noch so voll mit Schienen. Ja gut, wir verlegen einfach weiter Schienen. Ah, da muss ich also nochmal noch weiteren Kies wegmachen. Später dann. Ja, okay. So, das wäre auch das hier. Haben wir jetzt hier überall Schienen? Na, da sehe ich das ja nicht. Okay. Ja, gut. Wir machen weiter mit Schienen verlegen. Das ist ein Vierer. Wie sieht es aus hier? Ah ja, da müssen wir ein bisschen was auffüllen hier. Und da dann Kies wegmachen. Okay, schauen wir mal. Wann es soweit ist. Also hier schon. Okay. Und diese Reihe auch noch. Für später. Nein, so doch nicht. So, und so. Der Rest kann bleiben. Wir machen weiter mit Schienen. Bis zur nächsten Stelle, die da schon hier wäre. Nein, 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 nein. Nicht mit der Axt. Ach komm, was mach ich denn da? Okay. So, das hätten wir mal. Da steht die Fackel. Aber hier im Wege steht... Steht keiner mehr. Sehr gut. Und hier aber... Oh, da. Da steht ein im Weg. Und da kommt wieder so ein Zombie an. Und weiter vorne steht noch ein im Weg. Gut. Machen wir erst mal das hier. So, wieder ein Stapel Schienen weg. Schauen wir gleich mal, wie leer es geworden ist. Oh, da müssen wir wieder auffüllen hier. Das ist jetzt so eine Vierbreite. Das heißt... Und hier so. Das kann dann schon so bleiben. Ja, genau. So, wie leer ist es geworden? Ja, so ein bisschen. Wo sie nur aber auch wieder alle herkommen. Ja, wir müssen hier noch viel Licht reinmachen. Aber alles zu seiner Zeit. So, das mal alles weg hier. Das auch. Ein bisschen Gieß ebenso. Und auch dies hier. Ja, mach ich mal dahin. Das dahin. Die Schienen auf die Seite. Ja, okay. Jetzt haben wir ein bisschen geordnet. Ich will jetzt gerne weitermachen mit Schienen. Also die Zeit ist ja eigentlich schon um. Wir müssen noch ein bisschen überziehen, aber... Ich glaube, ich hänge da jetzt doch noch eine Folge dran. Ich will jetzt weitermachen mit Schienen. Da war doch irgendwo mal Wasser. Was da runter... ...geflossen ist. Aber jetzt ist es nicht mehr da. Na gut, dann ging das wohl irgendwie weg. Haben wir weggezaubert. So, eben noch schnell was essen. Und weiter geht's mit Schienen. Ja, Skelett ist ja gut. Schießt daneben. Okay. So, wo haben wir das denn? Da vorne. Ja, okay, gut. Da kann ich nochmal... ...nochmal weiter Schienen legen erstmal. Das kostet mich dann eben die ein oder andere Rüstung, die da drauf geht. Obwohl das Skelett sowieso immer daneben schießt. Wenn ich mich so bewege. Ja, dann soll's weiter schießen. Okay, soll mir recht sein. Noch zwei Stränge. Okay. Gut, da vorne steht eine Fackel im Weg. Und aber auch das Skelett. Jetzt will ich's aber ausprobieren. Jetzt schießt es aber direkt auf mich zu. Und dann... ...da wird's wohl treffen. Hallo. Schwert. Schlag zu. So. Zack. So. Und hier noch. Und dann müssen wir hier noch... ...genau. Hier noch zumachen. Dann haben wir das Schienenzeugsel hier auch verlegt. Ja, auf. Weiter zum nächsten. Das ist jetzt ein Vierer. Okay. Da steck ich noch die Pfeile. Und da vorne sehe ich schon einen Creeper. Da ist sogar noch einer. Okay. Aber die scheinen noch ein bisschen weiter weg zu sein. Oh ja, jetzt ist es... Ja gut, ich... ...ich hab's auch ein bisschen übersichtlicher gestaltet jetzt. Aber leer geworden ist es natürlich dennoch. Oh, da müssen wir aus... ...ääh... ...kleiden hier. Na gut, ist nicht viel. Da muss gleich eine Fackel weg. Später dann noch eine hier. Na ja, wie ein Stapel Schiene nach den anderen weggelegt wird. Aber gut, ne? Da sind sie da, wo sie hin sollen. So, gleich eine Fackel. Wegmachen. Irgendwo da vorne. Da. Gut. Ähm, Schiene? Ja. Oh ja, guck mal hier. Da ist ja kaum noch was übrig. Los, auf geht's, Leute. Wir überlegen jetzt noch die letzten Schienen hier. Oh, da hat jetzt aber noch Glück. So, jetzt aber. Den hab ich nicht gut getroffen. Äh, den Wagen können wir noch stehen lassen. So, mal schauen, wie das ausgeht hier. Ah, da ist Lava. Okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Und da ist wieder so ein doofes Pferd. Ja, gut. Ich fang mal jetzt auf der Seite an. Ähm, ja, mal schauen. Wie das so ausgeht. Ähm, ach, guck mal hier. Das ist ja schon der vorletzte Schienenstrang, den wir hier machen. Es verbrennt. Zumindest zum Teil. Wir sollen mir recht sein. Okay, das ging noch alles ganz gut hier. Nee, 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 Moment. Und hier in der Spur bleiben. So. Äh, wir haben ja nicht mehr so viele Schienen. Ich erinnere mich gerade dran. Ja, ein bisschen was haben wir aber noch. Gut, wir machen einfach weiter. Achso, ich wollte ja noch eine Folge dranhängen. Ja, okay. Wir sind schon am Überziehen. Und auch das Überziehen ist bald zu Ende. Dann, ja, ich hänge noch eine Folge dran. Oder, ja, eine Folge noch. Ich will gerne auf jeden Fall diese ganzen Gleise jetzt noch verlegen. Da müssen wir noch mal ein bisschen Metall besorgen. Gleich ist es zu Ende hier. So, das sind jetzt die letzten Schienen. Ja, das war's. Mehr Schienen haben wir nicht. Da kann ich schon mal ein bisschen vorbereiten hier. Das da gehört alles weg. So. Ach ja, ein Schienenstrang noch. Der passt aber hier hin. Nee, Moment mal. Zwei noch. Aber die passen da noch hin, ohne dass ich mich um die Lava kommen muss. Also zumindest jetzt schon. Okay. Ja, gut. Krümpel raus und, ähm... Nee, noch nicht. Und dann, ja, gehen wir aufs Feld. Wir brauchen... Wir brauchen Eisen. So. Ach so, ja. Eben eine neue Datei anfangen. So, Skelett. Dir geht's auch noch an den Kragen. Du hast nämlich eine Rüstung. Sogar eine verzauberte Rüstung. Vielleicht krieg ich davon was. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich krieg nichts davon. Aber egal. So, das ist alles weg hier. Diese eine Fackel... Ja, die kann ruhig da bleiben. Gut. Wir brauchen, äh... Eisen. Eisen.